Hier, mach mal da die Kacke kaputt. Eli, du hast fast voll Leben. Heyo und herzlich willkommen zu einer Runde Heroes of the Storm. Heute haben wir mal ein komplettes Team gebildet. Und zwar mit Pingo, Zyni, Venom, Revi und mir. Und ja, mal gucken, wie dat so läuft. Das ist schon ein gutes Team. Ich muss auch sagen, das Team könnte was reißen. Das ist heftig. Das ist mal crazy, ey. Arta slow, Nova fickt alle, Edi springt einfach rein. Boah, ist schon cool. Erwartet nicht meine Leistung. Also Jungs, immer drauf achten. Wie, du hast eine Leistung? Der Nazi, der skillt so, dass er... Mercenaries besser übernimmt. Das heißt, lasst ihn den Kreis dann von Mercenary Camps sitzen und ihr geht raus. Ja, na. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn alle drinstehen. Ob die alle aufgebufft werden. Das soll ich hier alleine rein. Ja, da sind wir drin. Ja, wie gehen wir denn? Drei Lanes. Arthas Mitte. Nova geht mit Nazalee nach oben, Edidan und ich nach unten. Ja. Passt, da geht's nicht ja richtig. Was haben wir denn für Gegner? Zagra, Moradin, Valad, Nova, Gerselow. Ich weiß nicht warum, aber ich hab ja irgendwie heute schon den ganzen Tag... Okay, bei uns da links von Arthas war einer. Da drauf, da. Keine Ahnung, ich musste mal gerade... Hey, ihr, wo seid ihr denn? Ich dachte, den kriegen wir jetzt tot. Ja, ich war gerade Desktop, weil ich gerade was... ...schließen musste, weil ich irgendwie gerade voll die FPS-Jobs hatte. Da, gehen wir voll auf Zagra drauf. Oh, ja. Alter Schwede, die macht auch nicht fett Damage. Hm. Aktiviert die Schreine jetzt. Wir sind oben, zwei gegen drei. Ich muss, glaube ich, mal hier und hier. Oh, lass mal die Waller wegbrumpsen. Ja. Das war amüsant. So, dann... Ich hätte das besser gemacht. Äh, nee. So, ich würde mal hier das untere... Ja, das untere gehört uns. Ihr müsst euch da mal kurz reinstellen. Wir haben den oberen jetzt. So, und Arthas kann dann gucken, dass er in der Mitte das Ding vielleicht kriegt. Ähm. Camp mal eure Position. Ich geh mal mit in der Mitte und helfe da. Das muss ich mir noch gewöhnen. So, das. So, Pingu geht zurück. Pingu ist ja noch irgendwo oben, Markus. Äh, unten, das ist weg. Was ist mit Illidan unten? Ja, ich musste mich heilen. Kacke. Ja, okay. So soll es geschehen. Ja, sofort wieder da. Kann wir holen. Papa ist hier. Alter. Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott. Nee, du stirbst am Gift. Fliegerfaller. Da waren wir noch einmal drei da. Egal, wir haben das Ding. Gehen wir jetzt alles zum Drachen oder bleiben wir? Dragon Knight. Äh, lass alle Lanes pushen. Alter, das Pingu jetzt hat Dragon Knight oder was? Mhm. Das ist hier so eine Map Feature. Hey. Scheiß. Looks like crazy. Zagra geht mir ganz schön auf den Keks hier unten. Ey, die kann eklig viele Sachen sammeln und so, ne? Ja, er hat halt voll wenig Mana dafür. Also haut alles raus mal eben. Und wie sieht's aus in der Mitte? Schon gut Damage gemacht? Das hat jetzt einen Tower dann noch nicht mehr da und mehr. Na doch mal. Nein, mein Werk ist doch nicht vollendet. Talas wieder da, Markus. So soll es geschehen. No, kurz warten. Ja, gleich, wenn, wenn die Area ein bisschen stärker ist von mir, dann wird das alles ein bisschen einfacher. Who's a talent? Da ist Nova. Wir können danach gleich anfangen, ich hab den Buff jetzt. Oh, die komischen Dinger mal kaputt. Hey, ich hab so viel Schaden. Die Zahle. Die Baller ist ja richtig gut. Das ist richtig stark, ne? Es stirbt die ganze Zeit, ey. Oh, die haben Camp bei uns geholt. Vorsicht, der Gesslo geht hin und her und holt sich Camps. Ja, wir müssen uns auch mal anfangen Camps zu holen. Damit ich übernehmen kann. Ja, lass mal das Camp hier nochmal. Gut. Ihr müsst gucken, dass der Gesslo nicht zu viele Camps holt. Ja, da hat er nämlich das untere Camp. Bingo aus dem Campweg. Raus, raus. Nee. Okay, pass. Klappt das auch so? Ja, klappt auch so. Okay. Aber ich muss mit drin stehen, also nicht zu schnell verstanden. Ja, guck mal das rechte, das wird er jetzt auch holen, der Gesslo. Das war euch da oben rechts, also das hier. Okay. Es ist voll leerisch. Oh, Waller ist auch hier. Oh, oh. coole waller scheinbar die kacke kaputt du bist hast fast von leben du musst viel aggressiver da reingehen immer mit der ruhe holt mal oben ja genau ja die hätte zage raunen geht richtig auf den keks ja die hat fast keine mal du müsstest sie so zerfetzen wir holen den arters gehen die mitte so arters kannst du nehmen und jetzt drückte wieder in der mitte wir drücken unten auf den oberen tower macht den kaputt dann zurück sie sind oben recht durch also komplett durch die mini sind einfach mega lächerlich stark ja das ist total geil du hast noch 30 sekunden mit dem drachen das mal eben regnen also das ding lang klingt dem brunnen der brunnen ist leer wie kurz base und kommen dann gleich mit ulti ran dran gedammt ich habe meine zweite heroik abilität in nasibu du kannst du immer auf verboten die bot lane kommen und dir die unteren minions holen in die bot lane unten unten achso bottom ok da hat er noch nie neu gespielt ah da die linke lane ist auch freddy hol dir die arters warte lass die nasibu dann take weil er kriegt bonus da auf die minions der mitte ist der schieß doch auf die zahl gerade die ist fast tot das ist vorher da ist nova wo ah ok aha ulti gedocht ich gehe mal eben weg bald werden die schreine erwachen ja lass die ruhig mitte und top lane ein bisschen drücken ist egal gut ähm nasibu jetzt ganz unten na ja das ist nochmal ein leichtes camp ja ich gehe mal eben top lane waller töten aktiviert die schreine und ich hole auch oben den schrein ritter ist in anspruch okay doof gesetzt so schreien aktiv jetzt euer gegner wird zugrunde gehen wir sind ganz schön geweckt ey so muss das laufen was so muss das doch laufen ja oh gut schwupp aber da ist nicht so gut ja ich habe es auch schon gerade gemerkt so ja ich bin jetzt oben mit den minions an der ersten burg also so dass wir die starken minions kriegen ah muradin ist hier bingo komm mal mit zum camp hier ah fuck überlebt wie ihr faller fuck ich sterbe oh ich lebe noch ich lebe noch ja nicht zurückgehen für das camp mach einfach drückt da weiter äh guckt mal dass ihr auf der top lane pusht da habt ihr dann die vor zerstört die hart also die 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 das medie camp fährt jetzt erst auf dass einer unserer gegner schnupfen heißt schnupfen bestimmt oh ja der gaslow schnupfen ich pushe gerade die minions in der mitte noch nach vorne kann ich eigentlich den camp hier alleine machen ja ne ja ja da ja 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 und ja 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 Der Drache soll nicht länger ruhen, entfesselt seine Macht. Okay, ich hol mir dann den Drachen, ich will den auch mal haben. Mega geil, man kann den so krass wegkicken damit. Ja, lang. Jihaa! So, welcher ist das? Cool, Schlamaten, okay. Ich kick dir mal Zagra nach oben. Ei, was machen die denn so fetten Schaden an mir? Gar nicht so nett. Töte mal den mit mir. Oh! Oh! Da hat dich wohl Nova gekillt. Ich glaub auch. Schön Nova! Oha! Boom! Boom! Gut! Der Kick ist total. Ich muss grad mal gucken. Ich hab nur 300 HP. Ah, da war ne Nova. Ich komme! Buh! Boa! 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 Ja, komm! Drücken wir mal ne Runde. Töte ist dieses Seid. Ja, super. Ei, die Viecher von Zaga sind so stark. Ich gehe mal eben back mich reggen. Ach, herrje. Ja, dann würde ich sagen, in der Mitte sammeln und dann fertig machen. Ah, ich liebe diese Ulti einfach. Das. Ja. 3 Kilometer entfernt, anklicken und jumpen tot. Da. Oh, die haben da unten so einen fetten Polem. Warten wir den gefängen oder ist das egal? Na, ist egal, wir drücken jetzt. Oh, was ist hier los? Schön. Da hinten ist die echte Nova. Kümmern euch nicht um die. Ja. Hab dich geschildert. Hier geht's ab, alles explodiert. So, Schild vergrößern. Ja. Drauf da. Nicht in dem Mob stehen, da ist Area Damage. Oh, lol. Oh, nein, ich bin tot. Mein Blutrausch wird beendet. Ich bin gerade das erste Mal gestorben. Oh, Arthas, 34k Gebäude Damage. Go, go. 35k, 36k, weiter Arthas. 36,8k. Ja, ordentlich. Genießt euren Triumph. Victory. Victory. Und...